Eine Zahnspange kann eine Groaie-Berandierung in Ihrem Leben bedeuten, sie kann Ihnen zu einem strahlenden Latschellen verhelfen und Ihre Zahnähe richtig ausrichten. Aber um sicherzustellen, dass Ihre Zahnspange effektiv funktioniert und Ihre Mundgesundheit optimiert wird, ist es wichtig, Sie richtig zu pflegen. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Zahnspange pflegen und sich um Sie K1 Viertel mehr an K nähen. 1. Reinigung Ihrer Zahnspange Eine der wichtigsten Meinnahmen zur Pflege Ihrer Zahnspange ist die regelmaarige Reinigung. Zahnspangen kann in eine Ansammlung von Speiseresten und Bakterien BGA 1 Viertel entstiegen, was zu Caris und Zahnfleischentzer 1 Viertel Endungen FA 1 Viertel rennen kann. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Zahnspange nach jeder Mahlzeit GAA 1 Viertel endlich reinigen. Verwenden Sie dazu eine weiche Zahnbeeinviertler ST und spezielle Interdentalbeeinviertler ST, um auch die Zwischenraum E Ihrer Zahnspange zu erreichen. Vergessen Sie nicht, auch Ihre Zahni-GAA 1 Viertel endlich zu putzen, um Plagg und Bakterien zu entfernen. 2. Vermeiden von bestimmten Lebensmitteln Bestimmte Lebensmittel kann in Ihren Zahnspangenapparat beschadigen und seine Wirksamkeit beeintrastigen. Klebrige oder harte Lebensmittel wie Kaugummi, Na 1 Viertel Sesse oder Bonbons sollten vermieden werden, da sie zu Verbiegungen oder Bra 1 Viertel Chen der 3HT FA 1 Viertel rennen kann. Vermeiden Sie auch zuckerhaltige Lebensmittel und Getrainke, die Caris verursachen kann. 3. Zahnbeein Stattdessen sollten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, um Ihre Zahni und Ihre Zahnspange gesund zu halten. 3. Regelmaheige Kontrollen beim Kieferorthopadien Es ist wichtig, regelmaheige Kontrolltermine bei Ihrem Kieferorthopadien einzuhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnspange richtig funktioniert und Ihre Zahni sich richtig ausrichten. 4. Tragen Sie Ihre Gummis Ihr Kieferorthopadien wird Ihre Zahnspange regelmaheig A 1 Viertel Bepra 1 Viertelfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie effektiv arbeitet. Wenn Sie während der Behandlung Schmerzen oder Unannehmlichkeiten versparein Viertel rennen, sollten Sie sofort einen Termin bei Ihrem Kieferorthopadien vereinbaren, um marktliche Probleme zu lassen. 4. Tragen Sie Ihre Gummis Wenn Ihr Kieferorthopadien in Gummis zur Korrektur Ihres Bisses verschrieben hat, ist es wichtig, sie regelmaheig und korrekt zu tragen. Gummis sind entscheidend F A 1 Viertel eher die richtige Ausrichtung Ihrer Zahni und die Korrektur von Bissproblemen. Wenn Sie die Gummis nicht regelmaheig tragen, kann dies die Behandlungsdauerwähler nähern und zu unabar ein Viertel enden Ergebnissen F A 1 Viertel rennen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen Ihres Kieferorthopadien genau befolgen und die Gummis wie empfohlen tragen. 5. Schutzwahrhänd des Sports Wenn Sie Sport treiben oder an Aktivitäten teilnehmen, wie das Risiko von Kieferverletzungen A H H N, ist es wichtig, Ihre Zahnspange zu Scha 1 Viertel 10. Tragen Sie einen Sportmundschutz um Ihre Z A H N und Ihre Zahnspange vor Starr ein und Verletzungen zu Scha 1 Viertel 10. Ein Sportmundschutz kann dazu beitragen, Verletzungen zu vermeiden und Ihre Zahnspange vor Beschadigungen zu Scha 1 Viertel 10, die die Behandlung beeinträchtigen kann, einten. Insgesamt erfordert die Pflege einer Zahnspange ein gewisses Mai an Engagement und Sorgfalt, aber die langfristigen Ergebnisse sind es wert. Durch regelmalige Reinigung, die Vermeidung bestimmter Lebensmittel, regelmalige Kontrollen beim Kieferorthopadien, das Tragen von Gummis und den Schutz Ihrer Zahnspange beim Sport kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnspange effektiv funktioniert und Ihre Mundgesundheit optimiert wird. Befolgen Sie diese Tipps und genialen Sie ein strahlendes Latschellen und gesunde Z A H N.